Servus Pyrus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test Aeon von Albert Feuerwerk, beziehungsweise Argento, beziehungsweise Funke. Eine kleine 7 Schuss Batterie mit einer NEM von 56 Gramm, Silberschweifaufstieg zu Silbercracker Bouquet. 7 Schuss Batterie, 25 Meter Effekthöhe, 14 Sekunden Brenndauer, Kaliber 20 Millimeter. Es ist wirklich nicht groß, das Teil hat auch nicht viel gekostet, Preis unten in der Videobeschreibung. Und es ist aber echt beachtlich, was aus diesen Teilen rauskommt, muss ich sagen, für die Größe. Entsprechend, ich freue mich da jetzt drauf, die werden wir auch vor 0 Uhr schon zünden. So kleinere Batterien zünde ich ganz gerne, eigentlich immer vor 0 Uhr zum Reinkommen in den Silvesterabend dann. Und ja, dann hätte ich gesagt, geht es jetzt los mit dem Test der Aeon von Albert. Argento Aeon. Sehr schönes Teil, also für das Geld und vor allem die Größe, was da rauskommt, ist der Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.